Die echte Geschichte des American Pitbull Terrier. Der American Pitbull Terrier entstand aus der Bulldogge des alten Types mit unterschiedlichen Terriersorten, die es damals gegeben hat. Darunter der Black and Thumb Terrier, der Fox Terrier und der White English Terrier, der sogar ausgestorben ist. Durch die Kreuzung dieser Wunderassen ist eine komplett neue Wunderrasse entstanden, die damals Bull and Terrier genannt wurde. Sie sahen alle komplett unterschiedlich aus und hatten keinen richtigen Standard, aber sie hatten alle bestimmte Wesenszüge. Sie waren alle sehr kraftvoll, sehr mutig, sehr hartnäckig und sehr ausdauernd. Durch diese Eigenschaften wurden diese Tiere sehr oft auf Bauernhöfen oder in der Industrie gehalten. Sie haben geholfen, Vieh zu schützen, zu ziehen, also die ganzen Arbeiten, die damals so auf dem Bauernhof entstanden sind. Zusätzlich wurde der Bull und Terrier für die Jagd benutzt, vor allem in Bezug auf Kleinwildtiere und Herben. Diese Eigenschaften führten jedoch auch zu einer sehr blutigen Hundesportart, und zwar der Bullen- und Bärenhetze. Und wie der Name schon sagt, haben diese Hunde gegen Bullen gekämpft und gegen Bären. Da wurden die Bären angekettet und dann waren mehrere Hunde daran beteiligt, gegen diesen Bär zu kämpfen. Um 1835 wurde die Bullen- und Bärenhetze verboten, und so kam es zu Dachs-, Ratten- und Hundekämpfen. Diese Kämpfe fanden in verborgenen Kampfringen statt. Diese Kampfringe hat man damals Pits genannt. In diesen Pits mussten die Hunde gegeneinander bis zum Tod kämpfen. Und durch die Eigenschaften, die der Bull-Enterrier damals gehabt hat, waren sie in Hundekämpfe ziemlich erfolgreich. Von Kampfhunden wurde zu dieser Zeit ein einwandfreies Wesel verlangt. Der Besitzer oder der Kampfrichter musste jederzeit in die Pits eingreifen können. Wurde der Mensch von einem der Kampfhunde gebissen oder hat sich der Kampfhund sogar in einem Menschen verbissen, dann wurde er aus der Zucht komplett herausselektiert und getötet. Mit dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges um das 18. Jahrhundert herum sind ganz viele Engländer mit ihren Hunden nach Amerika ausgewandert. Und dort konnten sie diesen brutalen Hundesport von Hundekämpfen fortführen, denn damals gab es in den USA keine Gesetze, die es verboten haben. Die Zucht des Bull-Enterrier wurde in den USA fortgeführt. Und dadurch, dass es keinen Zuchtstandard gab, was das Aussehen erging, und die hatten auch keinen richtigen Namen, denn alle hießen so ein bisschen unterschiedlich. Es gab den Yankee-Terrier, den American Pit Bull-Terrier, der Bull-Terrier. Und daran sieht man, dass es ganz viele unterschiedliche Namen waren, aber es gab keinen Zuchtstandard und es gab keinen offiziellen Namen für diese Rasse. Es war immer noch der Bull-Enterrier. 1889 war ein sehr wichtiges Jahr für den American Pit Bull-Terrier, denn zu dieser Zeit wurde der American Pit Bull-Terrier, wie wir ihn heute kennen, von John P. Colby gezüchtet. John P. Colby gilt als der Vater des American Pit Bull-Terriers. Er begann 1989 den American Pit Bull-Terrier zu züchten, indem er die besten Hunden aus England und Irland, die von Einwanderern in die USA gebracht wurden, zu züchten. Und durch diese Zucht, die John P. Colby gestartet hat, sind zwei Hunderassen entstanden, die wir auch heute sehr gut kennen. Die erste Hunderasse ist der American Pit Bull-Terrier, der 1998 erstmalig im United Kennel Club im UKC registriert wurde. Und auch später, 1909, von der Dog Breed Association, ADBA. Und diese Hunderasse, der American Pit Bull-Terrier, der im ADBA und im UKC registriert wurde, wurde ausschließlich nur für Hundekämpfe gezüchtet. Und die zweite Hunderasse, die durch die Zucht von John P. Colby entstanden ist, ist der American Staffordshire Terrier. Der American Staffordshire Terrier wurde erstmalig 1936 registriert und wurde ausschließlich als Showline gezüchtet. Sprich, dieser Hund wurde ausschließlich nur für Schönheitswettbewerbe benutzt. Natürlich hat er die Triebe gehabt, aber in dieser Zucht wurde das Ganze selektiert. Der American Pit Bull-Terrier war eine Leistungszucht und der American Staffordshire Terrier als Showline. Der American Staffordshire Terrier war vom Wesen zwar natürlich auch sehr temperamentvoll, aber das Ganze wurde in der Zucht herausselektiert, so dass der Hauptmerkmal dieser Hunderasse eher auf Ausstellung gelegt war und nicht mehr auf Leistung. Also haben die viel mehr auf das Optische geachtet und nicht auf die Leistung. Im Gegensatz zu American Pit Bull-Terrier, da wurde nicht auf Schönheit gezüchtet, sondern wirklich nur auf Leistung. Der Feindstift des American Pit Bull-Terriers, wie wir ihn heute kennen, begann 1972, als Ralph Greenwood die ADBA aufkaufte. Er setzte sich dafür ein, dass diese Runderassen nicht mehr für Rundekämpfe misshandelt werden. Und somit entstand Ende der 70er Jahre eine Rundesportarte, die ausschließlich nur von American Pit Bull-Terrier betrieben wurde. Und zwar der ADBA Top Dog Sports. Diese Sportart beinhaltet mehrere Wettkampfdisziplinen. Trade Mill Race, Wall Climb, Rural Crossing, Weight Bullen und Long John. Wenn euch diese Sportarten interessieren, dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, ob wir dazu auch mal ein Video machen sollen. Diese Sportarten wurden vom ADBA entwickelt, um den American Pit Bull-Terrier gerecht zu werden, beziehungsweise seinen Trieben gerecht zu werden. Denn über Jahrhunderte wurde diese Wunderrasse auf Hundekämpfe spezialisiert. Und plötzlich haben wir eine Riesenmenge an Hunde, die diese Triebe haben. Aber nicht ihren Trieben nachgehen können. Und somit wurde diese Hundesportart entwickelt, damit der Hund mit diesen Trieben auch seine Bedürfnisse stellen kann. Ohne, dass er sich selbst oder an der Runde verletzt. Trotz allem gibt es heute immer noch Menschen, die diese Runde für Hundekämpfe misshandeln. Aber verantwortungsvolle Züchter und Besitzer setzen sich dafür ein, das Image dieser Rassen zu verbessern und positive Eigenschaften zu fördern. Das ist das killers Athensuk! Ich bin... hopefully eine Runde frightening!